Ich bin Heiko Kunert, Geschäftsführer des Blinden- und Sehbehindertenvereins in Hamburg, Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft für behinderte Menschen hier in Hamburg im Vorstand, bin Blogger und freier Journalist und selbst seit meinem siebten Lebensjahr blind. Bei meinem Vortrag im Juni wird es vor allem darum gehen, praxisnahe Tipps zu geben, wie eine Veranstaltung blinden- und sehbehindertengerechter werden kann, wie man sich für unseren Personenkreis öffnen kann. Manchmal fängt es schon damit an, dass ich mich auf einer Website gar nicht für eine Veranstaltung anmelden kann, weil die Website überhaupt nicht barrierefrei ist und ich die mit meiner Hilfstechnik gar nicht bedienen kann. Und wenn ich dann in einer Veranstaltung sitze, gibt es das Problem, dass die Präsentation vielleicht sehr visuell geprägt ist, Dinge an die Wand geworfen werden, die sich mir nicht erschließen, bei denen der Redner vielleicht sagt, wie Sie hier sehen, blablabla, dann sehe ich das nicht und dann fehlt mir der Bezug zu dem, was da referiert wird. Ja, solche Barrieren gibt es für uns und ich hoffe, dass ich im Juni bei meinem Input ein wenig dafür sensibilisieren kann, welche Barrieren es gibt und wie man diese Barrieren abbauen kann. Also was ich noch überlege, was ich aber jetzt vielleicht im Video noch nicht versprechen sollte, weil ich nicht weiß, ob es thematisch so richtig passt, was eigentlich immer ganz cool kommt, ist, wenn man mal so kurz vorführt, wie das hier so mit dem Rechner funktioniert und so. Wenn die Leute mal so hören, wie ich mir so eine Internetseite vorlesen lasse, das ist manchmal ganz witzig. Der Messekompass bietet ausführliche Informationen zur South City in gebündelter und barrierefreier Form, neben Hinweisen zur An- und Abreise. Zum Abhol- und Begleitservice gibt es Ausstellerverzeichnisse sowie eine detaillierte Beschreibung der Räumlichkeiten. Enthalten ist auch das vollständige Programm des South City Forums, des messebegleitenden Vortragsprogramms. Also so klingt das erstmal, ne? Und hier passieren Dinge, unten auf der sogenannten Breitseide, da poppt der Bildschirminhalt so zahlenweise immer einen Blenden-Schritt auf. Alternativ, wenn nicht Twitter, geht das auch im Mobil? Es gibt eine sogenannte Screenreader-Software, das ist eben eine Software, die einen Bildschirminhalt so umwandelt, dass er eben mit Sprachausgabe oder Breitseide ausgegeben werden kann. Wie man sieht, sieht man nichts hin, aber man hört das. Ich habe 17 neue Mitteilungen bei Twitter, ich kann das auch langsamer stellen, aber das ist das Tempo, was ich so benutze, weil man hört sich mit den Jahren rein und je schneller das ist, desto schneller kann man arbeiten, ne? Ist das so ein Tempo, was du verstehst? Leer, prelge Thomas, leerzeichen. Hallo Heiko, ich bin der Moderator auf der Hauptbühne beim Vermarkt. Und so weiter und so fort. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.